Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ja, wir sind ja nun immer noch in dem Riss unterwegs und müssen uns jetzt durch einige Unterwasserpassagen kämpfen. Wollen wir doch mal weitergehen und schauen, was uns erwartet. Aber tatsächlich nichts Neues gerade. Ähm... Wo haben wir denn... Die Feuerdinger? Ach da. Äh? Ah... Äh? Wie mache ich das denn? Ah, na klar. Manchmal vergesse ich wirklich dieses... Dieses Imitieren. Die Jogger. Und schon ist offen. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ah, ihr ist blau. Gut, dann treten wir einmal auf blau drauf und schauen mal, was da unten passiert. Ah, okay. Okay. Naja. Weiter geht's. Einmal nach unten. Wo ist denn der Mürfisch hier? Gut. Ähm... Da ist eine Wand. Hier auch. Aber hier ist immerhin... Wieder was, was unseren Sauerstoff auffällt. Genauso wie hier. Das haben sie schon recht großzügig tatsächlich platziert, muss ich sagen. Aber finde ich jetzt persönlich auch nicht schlimm. Ich habe im Allgemeinen... Oh, ach so. Ich verstehe. Im Allgemeinen gelesen, dass das Spiel wohl vielen zu einfach ist und ein sehr guter Einstieg in die... in die besagte Spielereihe sein soll. So, wir sind jetzt genau wieder da rausgekommen am Anfang, ne? Egal. Aber ich finde das, wie gesagt, nicht schlecht. Es macht auch tatsächlich Spaß. Also, sehr Spaß. Weil es ist manchmal schon, wenn man sich gerade so dumm anstellt, wie ich in mancher Hinsicht, sehr... einfach. Äh, nicht einfach. Was soll ich jetzt sagen? Ähm... Einfach gut, weil man halt die meisten Rätsel mit verschiedenen Arten lösen kann. Und das, äh, ist auch immer so ganz, ganz cool. Und, wie gesagt, es ist mal was anderes. Es ist kein klassisches Zelda. Und, also, es geht eher in die Richtung des klassischen Zelda-Spiels. Ähm... Bloß, dass man halt nicht Link spielt und sondern Zelda. Und diese ganze Echo-Geschichte ist halt definitiv auch mal was richtig Cooles. Ähm... Oh. Komm, lagt euch gegenseitig in die Luft. Sehr gut. Ähm... Oh, das bist du. Haben wir das auch? Ja, okay. Okay. Ich muss grad sagen, kann ich noch um Stunden handeln. Na. Gut. Ah, das macht gut Schaden. Oh, ein Herz. So. Ja, okay. Dann halt so. Mein Gott. Oh. So. Ah, ne. War noch nicht ganz voll. Aber jetzt. Was haben wir denn da? Oh, da habt ihr die Maps. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Jawohl. Komm, macht alle drei Kaboom. Na gut. Der geht dann halt so. Und noch einen. Bubi. Den nehmen wir natürlich tanken mit. Ja. Gut. Da ist noch einer. Ja. Ja, komm. Nimm den ruhig noch. Ah, schade. Ich dachte, wir kriegen den auch noch mit. Und dann setzen wir heute nochmal einen ein. Kaboom. Und ein weiteres Herz. Gut, gut. Und auf geht's nach oben. Ui. Oh. Ein, äh. Dings, wie heißt's? Äh. Dexika. Hi. Genau. Hi war der Name des Tiers. Ich wollte gerade sagen, denk dir. Ich komme jetzt auf den Namen, aber. Ne. Ha. Uh, der Hai ist stark. Jawohl. Wollt gerade sein, den möchte ich gerne haben. Den Monsterstein nehmen wir mit. Und den Hai. Ein Mammfisch. Sowohl das Sägezahn, bewährte Maul, als auch die kräftige Schwanzflosse sorgen in Gewässern für Angst und Schrecken. Es war klar, dass er auch vier hat. Oh Gott. Haben wir den. Sehr gut. Kommt den einen Hai dahinten, können wir noch wegmachen. Aha. Natürlich verliert unser Hai. Ja, aber gut, das Herz brauche ich jetzt erstmal nicht mitnehmen. Aber... Aber... ... ... Ja, komm. Oh, wobei. Okay, wo er gerade Sammeln uns jetzt nicht geschafft hätte. Ähm. Hui. Ähm. Wir gehen einmal kurz nach da, selbstverständlicherweise. Ah, die kann jetzt hier nicht durchkommen, oder? Nee, gut. Eine weitere Vitalbrauch. Okay. Willen wir was versuchen? Komm mal her. Komm, stell ich mal in meine Richtung. Ähm. Mach mal. Komm, 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 komm. Genau. Nee, gut. Ich dachte, das geht. Dann aber nicht. 50 Rubine, ein ansehnlicher Betrag. Sehr schön. Aber jetzt muss man aufpassen. Passen. Hm. Hm. So. Nein, aha, mein Gott. Wie gesagt, das mit dem Drehen ist manchmal ein bisschen nervig noch, aber kann man ja jetzt nicht ändern. So, ich schicke mal die beiden Waffe raus. Ich gehe mal langsam hier lang. Und hoffe, dass wir nicht runterfallen. Ach, Gott sei Dank. So, ach komm, dann gehen wir hoch. Oh nein. Gut. Und hier können wir eigentlich den Hai rein, also den Mann frisch mal reinsetzen. Er ist schon wirklich cool. So, und schon sind beide wieder offen. Jawohl, und noch einmal nach unten. Oh, sehr gut. Und rot. Ich glaube, das dürfte dann alles sein. Nochmal Blasentank, aber dann haben wir schon 27 Stück. Das ist auch erstaunlich. Jawohl, genau, das wollte ich erst mal. Einmal wieder mit. Und einmal auf den roten. Es dürfte ja eigentlich recht hoch alles gehen, wenn das sich alles gleichzeitig triggert. Dann noch blau dazu. Hoffen wir mal. Genau, genau, genau. Das war meine Hoffnung. Na dann. Äh. Ich glaube, hier muss man hoch, ne? Ja. 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 Ist egal, glaube ich, wie wir gehen, ne? Hey, hier geht's nach unten. Ich geh erst mal nach unten. Beide. Ja, wobei. Ich will doch mal erst mal in die andere Richtung nochmal gucken. Wir haben ja auch Zeit. Zumindest was das angeht. Ja. Ja. Oh. Achso, der ist weg. Oh Gott. Na, ich weiß, ich denke mal, wir müssen nach beiden Dingern hin, oder? So. So. Aua. Es geht gleich weg. Gut. Ui, ähm. Oh. Einwandfrei. Da oben ist noch einer. Ah, da auch. Hm. Gut. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir. Hm. Nein, genau. Tschüss, Mama. Jawohl. So, jetzt haben wir nur noch... Äh, da müssen wir noch hin. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Oder haben wir das? Haben wir die Holzkiste? Jawohl, müssen wir eigentlich haben, ne? Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Wir eigentlich... Genau, das war jetzt mein Gedanke. Das war jetzt mein Gedanke. So. So. Hm. 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 Komm ich hier hoch? Höchstens dann mit der Kiste, ne? Nein! Oh Gott. Gut, ich dachte schon. Ähm, einen Stein bitte? Einen leichten Stein bitte? Komm noch mal einen Stein. Das, ja. Gut. Auf nach oben. Oh je. Oh, ich mag die Viecher nicht. Oh Gott sei Dank. Recht souverän gelöst. Nein. Ah. Ja komm ruhig hierher Gut Beide sind wieder offen Den nehmen wir mit Und hier ist Geld Das ist auch gut Gut also war meine Vermutung richtig Dass wir in Sowieso in beide müssen Deswegen war es egal wie rum Dann dreht man einmal auf gelb Und dann noch auf grau Ist das wahrscheinlich Und ich glaube wenn das dann alles voll ist Dann kommen wir wahrscheinlich ganz hoch oder Aber gut Dann hier einmal zurück Ah ist jetzt schon ein Stück höher Und jetzt geht es einmal wieder nach unten Ich rüste mir mal den Hai aus Ich dachte ich kann den damit verschieben So Hm Gut den kriege ich jetzt so erstmal nicht Hm Oh Die wollte ich eigentlich nicht Hm Wie löse ich das Muss doch eigentlich das Ding da weg Ah wobei Ne wir können ja auch noch nach unten Aber das machen wir dann gleich Unten dann einfach mal weiter schauen Ah ja ne hier ist nur eine Truhe Okay Also nur Nehmen sie natürlich trotzdem gerne Ein goldenes Ei Aber Das kriege ich aber auch nicht Einfach so hier hoch ne Das ist jetzt quasi Sag ich mach den hier Ne Okay Okay Hm Aber hier geht es noch ein Stück weiter So Hier muss man den Bombenfisch glaube ich nehmen ne Der macht das kaputt für uns Genau Komm und Sehr gut Gut Wo geht es da lang Da gehen wir dann gleich lang Weil ich würde sagen das machen wir dann einfach Ich nehme den Rubino mit Das machen wir dann einfach in der nächsten Folge Ich hoffe die Folge hat euch bis hierher gefallen Wenn das so ist dann Wird es mich natürlich auch freuen wenn ihr bei der nächsten Folge von The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Ebenfalls wieder mit am Startwert Aber bis dahin Ciao 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 Vielen Dank.